Diese Bilder haben ein ganzes Land erschüttert. Der Mannschaftsbus von Fenerbahce Istanbul nach dem bewaffneten Anschlag vom Wochenende. Mittlerweile sollen der mutmaßliche Täter und sein Komplize von der Polizei in Trabzon festgenommen worden sein. Der türkische Fußballverband hatte bereits reagiert und bei einem außerordentlichen Treffen entschieden, den nächsten Spieltag abzusagen. Wir haben die Liga ausgesetzt, weil wir glauben, dass es sich beim Zwischenfall um einen Terrorangriff handelt. Außerdem wollten wir auf die Psyche der Spieler Rücksicht nehmen. Der Klub selbst hat angekündigt, keine weiteren Spiele zu absolvieren, solange das Verbrechen nicht aufgeklärt sei. Offenbar sind die Menschen im Bus weitaus Schlimmerem entgangen. Laut türkischen Medien soll der von Splittern getroffene Fahrer nicht mehr in der Lage gewesen sein, den Bus auf einer Brücke zu stoppen. Demnach hat sein Beifahrer die Bremse betätigt. Dieser Zwischenfall ist eindeutig. Es war der Versuch, die 41 Menschen im Bus zu töten, darunter 19 Spieler. Es gibt keine andere Erklärung. Dies war ein Mordanschlag auf Fenerbahce. Dieser Zwischenfall ist eindeutig. Mittlerweile befasst sich auch die Politik mit dem Fall. Ein Sprecher Erdogans hat den Kampf gegen solche Gewaltakte angekündigt. Das war ein Mordanschlag auf F clicke. Vielen Dank.